Ein DSN 4 mit 96 Kern. Das ist doch mal eine Ansage. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. An diesem wunderschönen Montag, ja es ist Montag, aber hey, die Sonne lacht, die Grafikkarten blühen oder so ähnlich. Und ein neues News-Video ist online. Daher ist doch eigentlich alles in bester Ordnung. Und wisst ihr was? Heute gibt es wirklich einen Riesenhaufen an News, sodass ich mich jetzt ein wenig sputen muss, wenn ich jetzt keinen Überlängen-Zuschlag verlangen will. Daher fangen wir doch gleich mal an mit News Nr. 1. Und wir sprechen nun endlich mal wieder über die wohl größte CPU des uns bekannten Universums. Eine CPU, die so groß ist, dass schon einige Modelle mit Planeten in ihren Umlaufbahnen gesehen worden sein sollen. Und natürlich handelt es sich um AMDs berühmte Thread-Tremper-CPUs für den Enthusiasten-Bereich. Das Problem ist aktuell leider, dass es nur die alte Zen 2-Generation mit Threadripper 3000 gibt. Und einen Threadripper 5000 gibt es nämlich nicht. Und wenn, dann bald nur als Pro-Variante für den Profi. Privatanwender gehen weiter nämlich leer aus. Das Problem ist hier durchaus die fehlende Konkurrenz seitens Intel. Denn auch bei Intels X-Reihe passiert schon seit Jahren nämlich nichts mehr. Aber von Intels Order-Lake-X-CPUs gab es ja schon ein paar erste Leaks zu bestaunen. Da muss sich AMD vielleicht dann doch so ein bisschen sputen. Nun gibt es aber endlich neue Infos vom YouTuber Mooslawistet, dass ein Threadripper 7000 auf Basis von Zen 4 in Planung ist. Nachteil an dieser News ist aber ganz klar, dass es auch hier erstmal nur um die Pro-Modelle geht. Das muss jetzt aber überhaupt nichts heißen, denn AMD muss so langsam mal eine neue Generation an den Start bringen. Von daher kann man glaube ich ruhigen Gewissens auch mit ganz normalen Threadripper 7000-CPUs rechnen. Auch Mooslawistet geht übrigens davon aus, dass auch ganz normale Modelle kommen werden. Und zumindest bei den Pro-Modellen soll es ein gewaltiges Kern-Upgrade auf bis zu 96 Kerne geben. Aber nicht nur das, natürlich wird es auch ein Upgrade auf DDR5-Speicher geben und PCI Express 5.0. Beides Dinge, die gerade für die teuren HE-DT-Plattformen durchaus sinnvoll sind. Ich bin jedenfalls ziemlich gespannt, was da noch so kommen wird, denn die Vernachlässigung von Threadripper ist schon ziemlich schade. Viel interessanter für uns sind natürlich News zu AMDs neue Ryzen 7000-Generation. Das sind nämlich waschechte Gaming-CPUs. Denn seien wir ehrlich, Threadripper sind klar für eine Minderheit bestimmt. Und 96 Kerne in Spielen glaube ich aktuell noch ziemlich wenig sinnvoll. Leider hält AMD Sachen Ryzen 7000 dichter als eine gute Zylinderkopfdichtung. Es gibt so gut wie keine Infos über die neuen CPUs. Okay, AMD hat schon ein paar Bewegbilder aus Spielen und natürlich den Heatsreader gezeigt. Mehr aber nicht. Mehr soll es dann aber wohl auf der Keynote zur Computex 2022 geben, die AMD Ende Mai abhalten soll. Dann gibt es sicherlich auch mehr technische Infos und endlich auch ein paar Benchmarks zu bestaunen. Was aber am allerallerwichtigsten ist, wann sollen die Ryzen 7000-CPUs denn eigentlich jetzt erscheinen? Auch dazu gibt es bisher eigentlich nur Vermutungen. Digitimes will aber angeblich mehr zum Thema wissen und nennt zumindest einen Release-Monat. Der allerdings so ziemlich genau mit dem übereinstimmt, was ich schon lange vermutet habe. Sollen erste Ryzen 7000-CPUs dann im September diesen Jahres an den Start gehen. Also müssen wir uns noch mindestens vier Monate gedulden. Ja, erste Mainboards können dann übrigens auch schon direkt nach der Computex vorgestellt werden. Also schon Anfang Juli. Womit dann zumindest zum X670 und der AM5-Plattform schon reichlich Infos zur Verfügung stünden. Und natürlich werden wir uns die Keynote zur Computex dann live auf meinem Twitch-Kanal ansehen. Daher heißt es, am besten vielleicht jetzt schon ein Follow da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Und den Rest des Videos widme ich dann aber voll und ganz den Grafikkarten. Denn hier gibt es so viele News wie selten. Und seid doch mal ehrlich, aktuell ist die Lage doch durchaus angenehm am Markt. Karten sind nämlich überall zu bekommen und auch die Preise sind zumindest wieder in einem Bereich des Erträglichen gelandet. Allerdings könnte die Stimmung eventuell bald auch wieder kippen. Denn es ist etwas passiert, das eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Denn sicherlich auch Nvidia war sich dessen bewusst, dass deren Haus eine Mining-Bremse irgendwann natürlich komplett geknackt werden würde. Und genau das ist jetzt wohl auch geschehen. Bisher konnte man die Bremse nämlich nur teilweise aufheben. Ja, Grund der Mining-Bremse von Nvidia war natürlich klar, die Gaming-Grafikkarten fürs Mining unattraktiver zu machen. Und die Miner so ein bisschen dazu zu bewegen, sich die speziellen Nvidia-Mining-Grafikkarten zu kaufen. Unter einem gewissen Effekt will ich der Bremse übrigens auch gar nicht absprechen. Und aktuell hat man ja auch das Gefühl, dass Mining überhaupt nicht mehr so im Hype ist, wie zum Beispiel noch vor einem ganzen Jahr. Nun gibt es aber die App QuickMiner, die es möglich macht, die Mining-Bremse übrigens komplett auszuhebeln. Und dass diese App funktioniert, wurde nun übrigens auch schon mehrfach bestätigt. So dass eine RTX 3080T mit dieser App nun wieder nahezu die 120 MHz die Sekunde erreicht, die ohne LHR auch möglich waren. Somit sind die ganzen Nvidia LHR-Karten für Miner nun wieder deutlich interessanter geworden, da die Effizienz halt enorm angestiegen ist. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber es ist durchaus möglich, dass die Grafikkarten nun wieder knapper und vor allem auch teurer werden könnten. Natürlich wird das nicht so enden wie noch 2021, aber Preisanstiege sind durchaus möglich. Für mich ist das definitiv eine schlechte Nachricht. Meiner sehen das natürlich so ein bisschen anders. Und knapp einen Tag vor den ersten Tests der neuen AMD EX-Experte Refresh-Grafikkarten ist es nun auch schon fast amtlich. Natürlich werden die Karten nicht 20% schneller als ihre Vorgänger sein. Erste Benchmarks legen das nämlich nahe. Das stimmt natürlich nicht, wie ich schon vermutet habe. Und die Kollegen vom WCTF-DK haben bereits schon vor drei Tagen einen Bericht mit Benchmarks veröffentlicht, die angeblich Benchmarks direkt aus AMDs Reviewer Guide zeigen. Ja, und die zeigen dann aber auch ganz klar ein anderes und vor allem realistischeres Bild. Halt die Werte, die man natürlich auch bezüglich der geänderten Hardware-Daten erwartet hätte. Somit liegt die AMD Radeon EX 6950 XT im Schnitt in 4K um 3,9% vor der 6900 XT. Die 6750 XT in WQHD 7,2% vor der 6700 XT und die kleinste 6650 XT in Full HD magere 2,1% vor der 6600 XT. Und hier sollte man noch mit einfließen lassen, dass das übrigens hauseigene Benchmarks mit hausgesuchten Titeln von AMD sind. In der Praxis und dem morgigen Test ist mit noch geringeren Werten zu rechnen. Was übrigens auch gar nicht schlimm ist. Wenige Prozent mehr Takt, 13% schnellerer Speicher und knapp 10% mehr TDP, die können halt keine Wunder vollbringen, sondern vielleicht halt nur Leistungswerte von 5% mehr. Und das ist auch der Wert, den ich erwartet habe. Morgen am Dienstag um 15 Uhr wissen wir dann natürlich alle mehr. Dann sollten auf jeden Fall erste Tests online gehen. Zu den Preisen der neuen RX 6000 Grafikkarten gibt es nun aber auch ein kleines Update von den Kollegen von Videocards. Denn die Preise liegen nun leider wohl doch etwas höher als letzte Woche noch vermutet. Auch diese Preise sollen angeblich direkt aus AMD-Unterlagen stammen. Ja und so kurz vor Release der Karten kann man diesen Daten in der Regel übrigens auch vertrauen. Am Preis der 6.950 XT hat sich mit 1099 US-Dollar übrigens nichts geändert. Hier gibt es weiterhin 10% Aufschlag. Aber die 6.750 XT ist dann doch nochmal um 50 US-Dollar teurer als vermutet und soll nun 549 US-Dollar kosten, was dann stolze 15% Aufpreis gegenüber der 6.700 XT mit 479 US-Dollar sind. Die 6.650 XT soll dann aber auch bei 399 US-Dollar bleiben, was weiterhin nur 5% Aufschlag sind und am fairesten klingt. Denn sollten die Benchmarks stimmen, ist natürlich eines klar, für 7% mehr Leistung, 15% mehr zahlen. Ja, das weiß man auch ohne Mathe in der Karte, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und dann sind dann natürlich auch noch Intels A-Grafikkarten. Zu denen gab es in letzter Zeit so wenig News, dass diese schon fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und wenn Intel so weitermacht, ja, wird das übrigens auch bald komplett passieren. Denn egal wann sie kommen, es ist langsam reichlich spät. Und aktuell sieht es tatsächlich nach weiteren Verschiebungen aus. Grund sollen weiterhin natürlich Treiberprobleme sein. Und das, obwohl die Karten schon Ende 2021 erscheinen sollten. Ja, irgendwas ist da, glaube ich, echt immer arg. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt aber immer ein Erste sinnvolle Terminangaben und sogar Preise zu Intels A-Grafikkarten. Auch hier waren wieder die Kollegen vom WCCF-Deck verantwortlich. Denen ist sicherlich nicht immer alles zu glauben, aber die folgenden Infos machen alle einen sehr seriösen Eindruck. So haben die Kollegen ein Zeitfenster für den Termin der A750 und der A580 von Ende Mai bis Anfang Juni für den Release genannt. Die A750 soll dann grob auf dem Niveau einer AirTex 3060 sein und die A580 auf dem der AirTex 3050. Klar, dass auch die Preise grob in diese Richtung gehen und offenbar keine extremen Sonderangebote sein werden. Denn der Listenpreis der A750 soll sich bei 350 US-Dollar befinden, AirTex 3060 bei 329 US-Dollar und der A580 liegt bei 280 US-Dollar, AirTex 3050 bei 249 US-Dollar. Na klar, sind Listenpreise aktuell keine Verkaufspreise, trotzdem ist das so ein bisschen erschreckend, dass diese teilweise sogar über den der Konkurrenz liegen. Die kleinste Karte, die A380, die in etwa dem Niveau der GTX 1650 entspricht, soll dann gar erst im Juli kommen und 150 US-Dollar kosten, was genau dem Preis der GTX 1650 entspricht. Die A770 und A780, die wohl die Leistungsspitze von Intel Arc markieren werden, werden mittlerweile übrigens deutlich später erwartet. Hier könnte es sogar August oder vielleicht sogar noch später werden. Mit Pech werden dann schon AirTex 4000 und AirTex 7000 Karten in den Startlöchern stehen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Intels Arc-Grafikkarten viel zu spät kommen könnten? Apropos Intel Arc-Treiber, okay, Probleme gibt es damit, das ist, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis mehr. Noch ärgerlicher ist aber aktuell, dass Intel nicht mal ein versprochenes Treiber-Update für die bereits erschienenen Arc-Ebues bringt. Denn es gibt aktuell ein großes Ärgernis in den Treibern. Die Benchmarks der 3D-Mark-Reihe sind von Intel nämlich leider optimiert worden und so natürlich wenig aussagekräftig. Hier sollte es dann ein Treiber-Update geben, mit dem man die Optimierung dann einfach ausschalten kann, was dann logischerweise zu schlechteren Werten führen würde. Nur allein durch diese Optimierung sollen die aktuellen Werte knapp 15% zu hoch sein. Im April sollte der Treiber dann schon kommen und nun naht schon die Mitte des Mais. Die App passiert ist bisher aber leider sehr wenig. Offizielle 3D-Mark-Benchmarks von Intel Arc-Ebues sind damit weiterhin komplett passé. Schade und übrigens habe ich schon erwähnt, dass ich von Intel aktuell so ein bisschen enttäuscht bin. Von wegen Intel-Fanboy. Und zu guter News, let's sprechen wir nun auch noch über NVIDIAs RTX 3090T. Ja, wohl die überflüssigste Grafikkarte der RTX 3000-Generation. Niemand wollte sie, niemand braucht sie und noch dazu ist es die wohl ineffizienteste Grafikkarte der RTX 3000-Generation. 450 Watt TDP, Custom-Version bringen sogar bis zu 516 Watt mit und das mit nur wenigen Prozent mehr Dampf als eine normale RTX 3090. Was soll der Quatsch? Und jetzt wird das Ganze auch noch total absurd, denn es gibt für diese Karte nun sogar ein Extreme OC-Bios, das allerdings eher nicht als offiziell bezeichnet werden sollte. Und haltet euch fest, mit diesem Bios sind die Powerlimits nahezu offen und die RTX 3090T darf sich mit einer Asus TUF RTX 3090T zum Beispiel 890 Watt aus der Steckdose ziehen. Mit der Betonung auf DAF, denn es ist wie bei einer Intel 12900K-CPU mit komplett offenem Powerlimit. Hier werden gar 4096 Watt angezeigt, die natürlich nicht gezogen werden. Hier kommen so maximal 300 Watt zum Tragen. So auch bei der 3090T, die mit dem Bios dann aber immerhin auf 614 Watt für die komplette Karte kommt. Nur die GPU alleine benötigt dann fast auf den Punkt 500 Watt und das sind Irrsinnswerte. Dass normale Luftkühler mit so einer Abwärme natürlich völlig überfordert sind, sollte natürlich jedem klar sein. Trotzdem ein durchaus interessantes Szenario dieser 614 Watt, denn interessanterweise soll das ziemlich genau dem entsprechen, was eine Baldeck RTX 4090 ziehen soll. Zufall? Ich glaube nicht. Die 3090T scheint daher weiterhin nur ein Versuchsballon für so extrem stromfressende Grafikkarten zu sein, denn die 614 Watt werden nun von vielen sicherlich ausgenutzt und natürlich auch getestet. Dass hier wohl jeder Luftkühler anfangen dürfte, so ein bisschen zu röcheln, ist glaube ich kein Geheimnis. Für mich ist das alles weiterhin eine ziemlich kranke Situation. Trotzdem sage ich, bleibt ruhig. Die Mainstream-Grafikkarten werden von solchen Verbräuchen natürlich weit entfernt bleiben. Nicht weit entfernt ist übrigens der heutige Kommentar des Tages, denn der folgt genau jetzt. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und dieser hat natürlich was mit den enorm möglichen Stromverbräuchen der nächsten Grafikkartengeneration zu tun. Ja und wisst ihr was? Der Toni hat recht. Also meine Meinung zu den neuen GPUs. Ich finde es bringt nicht viel, wenn sie schneller werden, dafür aber mehr Strom brauchen. Mal ehrlich, die Abwärme muss auch irgendwie gekühlt werden. Wie willst du denn eine 450 Watt Karte wie bei Nvidia noch anständig kühlen können? Wichtig wäre, dass die Karten in Leistung Watt besser werden und nicht nur in Leistung, die dann eben in mehr Stromverbrauch enden. Damit hat man noch nicht viel gewonnen. Ich kann dem kaum noch was hinzufügen, denn der Kommentar, der hätte eigentlich quasi von mir sein können. Ich bin absolut kein Freund von dieser Brechstangenleistung. Es muss einfach wieder mehr Richtung Effizienz gehen. Das Problem ist aber gerade, ja, das wir eigentlich auch alle wollten, nämlich Konkurrenz. Denn Nvidia hätte die Brechstange sicherlich nicht in diesem Maße ausgepackt, wenn ein, den ich angeblich mit seinen neuen Multi-Chiplet-GPUs die Leistung so stark in die Höhe getrieben hätte. Ja, und da muss Nvidia natürlich irgendwie mithalten. Denn Nvidia aber weiterhin nur auf monolithische Chips setzt und die Leistung ja ziemlich ausgereizt ist, um hier eine bessere Effizienz anbieten zu können. Ja, um mit AMD mithalten zu können. Ja, also scheiß auf Effizienz. Gebt den neuen Karten einfach mehr Saft. Ein Teufelskreis, der hoffentlich mit der übernächsten Generation ein Ende hat. Das Thema DDR5-Arbeitsspeicher ist ja auch so ein Ding. Eigentlich ist diese große Diskussion schon fast gar nicht nötig. Denn ja, er ist natürlich ein bisschen schneller, aber wirklich kriegsentscheidend ist er auch nicht. Nur weniger mehr FPS mit DDR5 nämlich zu erreichen. Ich wollte aber mal von euch wissen, willst du bald 2022 auf DDR5-Arbeitsspeicher umsteigen? Na klar, haben das und werden das auch die wenigsten machen. Dazu sind die Preise aktuell auch einfach noch viel zu hoch. Nur 4% haben das schon längst gemacht, wozu ich mich übrigens auch zähle. 7% planen das aber zumindest dieses Jahr noch. Das sind aber mal magere 11% insgesamt. Der Rest ist noch nicht dazu bereit, beziehungsweise 10% wissen es noch gar nicht so genau. Und stolze, 63% wollen es später aufrüsten. Ja, das ist wohl auch am sinnvollsten. Die 16% wollen DDR5 aber wohl niemals nutzen. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist. In wenigen Jahren wird es natürlich sicherlich keine Alternative mehr zu DDR5-Arbeitsspeicher geben. Ja, Alternativen zum Nicht-Liken und Nicht-Abonnieren gibt es übrigens auf jeden Fall. Und die heißen natürlich Liken und Abonnieren. Gerade in diesen schönen Frühlingstagen kann man doch eigentlich nicht gut genug aussehen. Denn ja, es ist wissenschaftlich von mir bewiesen. Liken und Abonnieren macht schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.